9 leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen lernen heute geht es wieder mal um die prms ich kürze es wieder mal ab und wir wollen uns heute darum kümmern wie kriegen wir diese tabelle hier tatsächlich hin kurz noch mal als erklärung für die leute die vielleicht die bias netze nicht gesehen haben ihr soll jetzt erstens auf jeden fall gucken sind gute videos hoffe ich mal und zweitens wir brauchen solche tabellen hier wenn wir abhängigkeiten darstellen wollen das heißt wir haben hier eine abhängigkeit von der lage als abhängigkeit vom einkommen das heißt lage und einkommen sind irgendwie voneinander abhängig und das stellt unsere tabelle hier eben da also meine lage zum beispiel kann ich sagen naja gut es sind jetzt nicht wirklich zahlen sind tatsächlich zahlen die hierbei rauskommen beim einkommen bei der lage muss ich irgendwie andere kriterien benutzen nehmen wir einfach mal beim einkommen eine schwelle eine schwelle zum beispiel dass wir monatlich mehr als 5000 euro verdienen okay dann kriegen wir tatsächlich ein schuh oder falls raus nämlich einkommen größer gleich 5000 oder einkommen kleiner 5000 dann haben wir hier ein true falls bei der lage wäre sowas wie das gebäude steht also es geht ja hier um das gebäude steht irgendwie auf einem berg mit mega geiler sicht auf die ganze stadt und so weiter und so fort das können wir auch beobachten und dann haben wir hier eben auch ein true oder falls also entweder es ist eine geile lage oder es ist keine geile lage sozusagen okay so und jetzt können wir hier diese tabelle aufstellen da wir hier eine abhängigkeit von der lage vom einkommen haben können wir sagen okay wenn das einkommen true ist also mehr als 5000 im monat dann haben wir hier zum beispiel eine lage mit 80 prozent wahrscheinlichkeit die ziemlich geil ist wohingegen wenn 20 prozent wahrscheinlichkeit haben wir eine lage die nicht so geil ist dann halt sehr bescheidene leute die vielleicht sparen wollen oder sonst irgendwas oder viele kinder haben oder keine ahnung irgendwie schulden abbezahlen müssen was weiß ich okay dann haben wir hier einkommen falls also leute die weniger verdienen als 5000 im monat haben vielleicht nicht unbedingt so eine geile lage weil das gebäude einfach zu teuer ist sie können sich nicht leisten das wären hier 90 prozent der leute aber 0,1 haben trotzdem so einen geilen wohnsitz warum zum beispiel wohnen sie bei ihren eltern oder sowas deswegen sind ja wahrscheinlichkeiten sehr sehr wichtig also ich meine die kinder haben ja immer noch nicht so ein hohes einkommen deswegen leben sie aber trotzdem bei den eltern und die Eltern haben vielleicht so ein hohes einkommen gut das als kleines beispiel jetzt wollen wir diese parameter hier lernen wie können wir das machen ist wieder mal ein bisschen mathematisch im prinzip aber nicht so schwer ich brauche nicht mal das andere programm das heißt die bleibt heute mit komischen formeln verschont ok was wir also machen ist folgendes wir wollen folgendes maximieren und zwar den logarithmus über die Wahrscheinlichkeit von i gegeben s und t s und t und i kennen wird aktuell nicht aber das bedeutet einfach hier die instanzen instanzen sind tatsächlich einzelne personen die wir beobachtet haben einzelne gebäude die wir beobachtet haben also wie wahrscheinlich sind diese instanzen gegeben der struktur unseres ähm unseres bias netzes hier also von diesem komischen probabilistischen relats relationalen modell also die struktur hier gegeben und die t sind die parameter von unserem modell das wollen wir natürlich maximieren die struktur wollen wir nicht verändern da sagen wir einfach das ist fix und unsere instanzen haben wir tatsächlich schon angeguckt das heißt was wir verändern können sind nur die parameter in dieser matrix hier drin also t ja gut aber wenn wir nur die verändern können dann können wir die auch gleich ausrechnen warum übrigens hier der logarithmus steht ist einfach es gibt eine schönere kurve das heißt ja es ist einfach die maximum likelihood die berechnet sich meistens über den logarithmus kann man aber durchaus auch weglassen funktioniert trotzdem ok so wie berechnen wir jetzt diese komischen Parameter hier wie gesagt das ist das was wir eigentlich machen wir berechnen aber ein bisschen anders und zwar wollen wir jetzt zum beispiel diesen eintrag hier raus lesen aus unserer matrix beziehungsweise raus rechnen dann brauchen wir den erwartungswert davon also was erwarten wir wie wahrscheinlich ist dieser wert und dann sagen wir hier ok erst mal berechnen wir den erwartungswert e von t also von unserer matrix t diese matrix habe ich jetzt einfach mal t genannt gegeben das schreibe ich jetzt mal hier unten rein einkommen gleich true das war ja hier die obere zeile also das liefert uns diese zeile hier wenn wir einkommen auf true fordern und wir fordern lage gleich true wir wollten ja den ersten eintrag hier berechnen das heißt einkommen gleich true lage gleich true wenn ich hier mehr als eine abhängigkeit habt dann wird eure tabelle größer sprich ihr braucht hier unten auch noch mehr als ein teilchen ok so das wollen wir also als erwartungswert berechnen naja was ist denn das und das ist einfach die summe über alle instanzen die wir ups was habe ich jetzt gemacht die summe über alle instanzen die die wir beobachtet haben also alle unsere trainingsdaten und zwar die wahrscheinlichkeit da drüber ich schreibe jetzt hier tatsächlich mal einfach instanzen aus instanzen die und schieb das mal ein bisschen nach unten damit wir hier auch mehr platz haben so die summe über alle instanzen i und dabei summiere ich über die wahrscheinlichkeit dass ich diesen eintrag hier gesehen habe also die wahrscheinlichkeit dass das hier zugetroffen hat Okay so da so nehmen jetzt einfach drüber und schon sind wir eigentlich fertig jetzt haben wir den erwartungswert für dieses dinge hier na gut jetzt haben wir aber eine summe hier gehabt in der summe ist nicht so geil ist spiegelt zwar mein erwartungswert ein bisschen wieder aber ich muss das ganze noch normalisieren das heißt ich muss jetzt hier noch teilen ich schreibe sie einfach mal durch gleich ich muss teilen und zwar muss ich noch durch alles was ich in dieser zeile ausrechnen würde also nicht nur den erwartungswert von davon das einkommen gleich schuhe und dass die lage gleich tru ist sondern nur davon dass das einkommen gleich schuhe ist die lage ist uns in dem fall egal das heißt ich habe jetzt am ende alle leute die tatsächlich in einer geilen lage wohnen und ein hohes einkommen haben geteilt durch die leute die einfach nur ein hohes einkommen haben sprich ja am ende eine wahrscheinlichkeit wie wahrscheinlich ist es dass die leute mit hohem einkommen auch tatsächlich in einer geilen lage wohnen so funktioniert es im prinzip und das hier eben einkommen gleich schuhe ist wieder einfach eine summe über alle instanzen so dass eben die wahrscheinlichkeit einkommen gleich schuhe eben gegeben ist okay und das mache ich jetzt mit jedem von meinen einzelnen einträgen hier jeweils wie gesagt die summe bilden und über alle instanzen die wir so beobachtet haben ist eigentlich nicht besonders schwer aber so kann man wie gesagt hier wirklich viele abhängigkeiten darstellen das schwierige ist jedoch dass wir überhaupt mal wissen was von was abhängig ist also zum beispiel das auto könnte ja auch vom einkommen abhängig sein und so weiter und so fort und das machen wir nächstes mal wie gesagt das hier war bloß die parameter schätzung hier von dieser tabelle nächstes mal geht es um die schätzung von der struktur das wird ein bisschen schwieriger ich hoffe es hat euch trotzdem heute gefallen und wir sehen uns zum nächsten mal bis dann ciao